Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus unserem wunderbaren Rubenssaal im Kunsthistorischen Museum. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bei Ihnen allen bedanken, den Freunden unseres Hauses, den Sponsoren, den Unterstützern im tatkräftigen, im finanziellen Sinne, aber auch im ideellen Sinne, dass Sie gemeinsam mit uns durch dieses ungewöhnliche und auch sehr schwierige Jahr gegangen sind. Aber wir sind voller Zuversicht, dass das neue Jahr uns auch wieder Positives bringen wird. Es gibt immer Grund, optimistisch zu sein. Denken Sie zum Beispiel an die großartige Gewitterlandschaft, die Peter Paul Rubens uns hinterlassen hat. Die Natur ist entfesselt, im Hintergrund brechen die Wolken, ungeheure Regenmengen ergießen sich auf die Welt. Menschen und Tiere kämpfen um ihr Leben oder haben den Kampf bereits verloren. Auf einem Großteil des Bildes sprudelt uns wildes Wasser entgegen. Ganz rechts aber, etwas erhöht, bringen sich Götter und Menschen in Sicherheit. Jupiter blickt im roten Gewand zurück, sein Haupt umstrahlt, hält er sein Blitzbündel in Händen. Jupiter selbst hat diese Sintflut entfesselt, denn er und Merkur prüften die Menschen. Unerkannt wanderten sie von Haus zu Haus mit der Bitte um Unterkunft und Nahrung. Doch niemand wollte ihnen helfen. Nur das schon sehr alte Ehepaar, Philemon und Bautzis, hatten den beiden Göttern trotz großer Armut Gastfreundschaft gewährt. Während die verderbte Welt zur Strafe in der Flut versinkt, wird das alte Menschenpaar verschont. Mehr noch, nach vielen weiteren gemeinsamen Jahren werden sie zur selben Zeit sterben, um einander nicht betrauen zu müssen. Als ihre Zeit gekommen ist, werden sie in Bäume verwandelt, einander umschlingend, damit ihre Zweisamkeit weiter bestehen kann. Diese anrührende Geschichte hat der antike römische Schriftsteller Ovid in seinen berühmten Metamorphosen überliefert. Die elementare Naturkatastrophe, die Natur in ihrer Urgewalt aus berstendem Himmel, Wolkenbrüchen, Sturzbächen, Ertrinkenden und Ertrunkenen, ist eine Macht, der der Mensch wenig entgegensetzen kann. Hoffnung und Zuversicht deutet allein der Regenbogen links unten an. Es wird auch ein Danach, ein Nach der Katastrophe geben. Auch wir werden das schaffen und können bald wieder gemeinsam in unseren Museen große Kunst betrachten, verinnerlichen und gemeinsam genießen. Wir blicken gemeinsam optimistisch, froh und voller Elan ins Jahr 2021. Die Museen werden Gott sei Dank wieder geöffnet sein. Wir werden für Sie die wunderbare Aztekenausstellung im Weltmuseum wieder bereithalten. Besuchen Sie die Beethoven-Ausstellung im Kunsthistorischen Museum und folgen Sie der grotesken Komödie Bonaccinis im Theatermuseum. Und wir haben auch etwas Neues für Sie vorbereitet. In der Wagenburg können Sie die Ausstellung Corona's Ahnen besuchen, die sich mit der Geschichte der Seuchen am Wiener Hof beschäftigt. All das und noch viel mehr hält dieses neue Jahr für Sie bereit. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle gesegnete Feiertage wünschen, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Jahreswechsel und ein gesundes neues Jahr. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.